Wir haben heute Morgen die Molkerei Ammerland blockiert, weil wir der Meinung sind, dass die Milchindustrie keine Zukunft mehr hat. Wir fordern den Umstieg auf eine bio-vegane Landwirtschaft bzw. vegane Milchproduktion und deswegen sind wir heute hier. Wir hoffen uns Einsicht von der Molkerei und eine Kehrtbände und Verantwortung zeigen und Dialog mit uns. Das heißt, man will auch ins Gespräch kommen mit ihnen? Wir haben schon des Öfteren durch unsere Megafone nach Dialog gefordert und die Molkerei hat dies auch angekündigt eigentlich. Aber wenn halt Kodos gemacht werden, das wäre cool oder so, oder? Also was besser ist. Zur Wiedervernässung zur Verfügung, damit CO2 gespeichert werden kann, anstatt CO2-Emissionen in diesem Bundesland zusammen mit anderen AkteurInnen auf die Spitze.